Papas Man Prize Papas Man Prize, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute ausgeritten worden bei den Papas Amadeus Horst Henders in Salzburg. Und es gab den ersten französischen Sieg dieses Wochenendes und einen sehr emotionalen Sieg, denn er war der letzte für sein Geburtsland. Denn er wechselt ab 1. Jänner 2013 in die Schweiz, nämlich Romain Duckey. Romain, herzlichen Glückwunsch für den gewinnen. Es war ein emotionales Wunsch für dich, denn es war der letzte Wunsch für die französische Nation. Ja, für mich ist es ein bisschen speziell diese Woche. Es ist mein letzte Wunsch mit den französischen und ich hoffe, es wird nächstes Jahr mit den französischen. Aber sicher, dass es ein bisschen verändert. Du bist nicht nur ein kompetitor in der Show, du bist ein Freund von der Organisation. Du bist ein guter Freund mit deinem Wunsch, Kristina und deinen Eltern. Du bist hier bei jeder Show. Was ist speziell in Österreich? Ja, in Österreich ist ein spezielles Land. Wir haben immer eine sehr gute Zeit, es ist eine super Organisation. Die Leute sind so gut mit uns. Es ist auch super hier für die Kinder. Mit der Alpenspanne zu spielen. Und ja, es ist wirklich gut für uns. Wir haben immer eine gute Wunschung und auch eine sehr gute Zeit für die Familie. Morgen ist der Grand Prix Salzburg. Du hast ein spezielles Hors, Le Petit Saint-Laure. Er geht zum Grand Prix? Ja, ich denke, es war sehr gut. Wir haben nicht so viele Wunschung. Wir haben eine große Wunschung zusammen. Aber bis jetzt haben wir auch die gute Wunschung. Ich hoffe, dass ich heute noch einmal klar war und ich bin wirklich glücklich. Okay, wir wünschen dir viel Glück für morgen für den Grand Prix. Ja, wir müssen Glück sein. Wir müssen Glück sein. Danke, Ravine.